Sir Ragnars Rettung Sir Ragnar, ein mächtiger Baron, ist entführt worden. Er wird gefangen gehalten von Ullag, dem Feldherrn der Orks. Ihr sollt Sir Ragnar finden und in Sicherheit bringen. Wem das gelingt, dem werden von Prinz Magnus 100 Goldmünzen als Belohnung gezahlt. Sind mehrere von Euch an der Rettung beteiligt, so kann diese Belohnung aufgeteilt werden. Die Belohnung empfällt jedoch, wenn Sir Ragnar während der Rettungsaktion seine gesamte Körperkraft verliert.